Da hat... vor der Karriere her hat da nichts passiert... ist da nichts passiert in den letzten zwei Jahren. Weil du einfach nur schlechte Schauspielerin bist. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Du erzählst nur zu wenig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017